Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Ja, heute widmen wir uns wieder den Verben. Das Verb herausgehen, verlassen, rauskommen bedeutet im Spanischen salir. Machen wir die Konjugation. Ich verlasse oder ich gehe raus. Yo salgo. Yo salgo. Du verlässt oder du gehst raus. Heraus. Du salgst. Du salgst. Er, sie, es verlässt oder geht raus. El, ella sale. El, ella sale. Wir verlassen oder gehen raus. Nosotros salimos. Nosotros salimos. Ihr verlasst oder geht raus. Vosotros salís. Vosotros salís. Sie verlassen oder gehen raus. Ellos salen. Ellos salen. Das Verb sagen. Desir. Ich sage. Ich sage. Yo digo. Yo digo. Du sagst. Du dices. Du dices. Er, sie, es sagt. El, ella dice. El, ella dice. Wir sagen. Nosotros decimos. Nosotros decimos. Ihr sagt. Vosotros decís. Vosotros decís. Sie sagen. Ellos dicen. Ellos dicen. Zum Beispiel. Ich verlasse das Haus. Yo salgo de la casa. Yo salgo de la casa. Ich sage dir, wie du heißt. Yo te digo, como te llamas. Yo te digo, como te llamas. Ich sage dir, wie du heißt. Yo te digo, como te llamas. So, dann war es das für heute. Und ich sage, bis morgen. Hasta mañana.